Hallo und herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo, denn heute wird wieder Minecraft gestreamt und wie gewohnt auf Hitbox und ab 17 Uhr. Aber heute als kleines Special mit Splatoon integriert. Wir werden in der zweiten Stunde gegeneinander Splatoon spielen. Ihr könnt alle mit dabei sein und natürlich werden wir es dann so machen, dass der Server danach weiter offen bleibt und ihr könnt auch nach dem Stream, so viel ihr wollt, weiter auf der Map spielen. Also, ich freue mich dann auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.